Sie zeigt, wenden wir uns jetzt an die Heide. Denn so hat uns der Herr aufgetragen, ich habe dich zum Licht für die Völker gemacht, bis an das Ende der Erde sollst du das Heil sein. Als die Heide das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn. Und alle wurden gläubig, die für das ewige Leben bestimmt waren. Das Wort des Herrn aber verbreitete sich in der ganzen Gegend. Die Juden jedoch hetzten die vorigen, die gottesfürchtigen Frauen und die Ersten der Stadt auf, veranlassten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gewind. Diese aber schüttelten gegen sie den Stauk von ihren Füßen und zogen nach Ikonien. Und die Jünger waren voll Freude und erfüllt vom Heiligen Geist. Wort des lebendigen Gottes. Wort des lebendigen Gottes. Wort des lebendigen Gottes. Wort des稱